oh hallo ich bin ein praktikant von bombenland und ich kann dich nicht ich meine es ist nicht meine arbeit oder nein ich verdiene ja nichts aber es ist meine aufgabe die leute hier fern zu halten zu ihrer eigenen sicherheit von dieser mine voller monster er ist schon gut der bombenbesitzer hat mich geschickt damit ich mich darum kümmere oh gut das ist gut ja gibt mir drei bedienen die eine man sich mein erledigt gesehen die auch vorher schon erledigen war das schon alles es war ein monster ganzes wir haben noch nicht meine truhe dafür bekommen schweiz Ich mach die Vögel nicht. Ich geh trotzdem erstmal zum Bomben umladen. Ich will jetzt wissen, was ich wieder für Blut kommt. So eine blöde Quest jetzt gewesen. Boah, erstmal rüber hier. Die Stadt München kennt man ja inzwischen so gesehen eh schon alle. Der Bombenladen ist ja oben in der oberen Stadthilfte. Das ist definitiv auch die größte Stadt hier im Spiel. Hallo, du bist das mit dem Monster hast du gut gemacht. Du hast es besiegt. Das ist ja so cool. Oh, hey, das tut mir leid. Diese Pläne. Die sind das Bombenpfeile. Oh, die. Ja, ich hab die in einer Piratenfest in den Diktag. Bloß du könntest die herstellen. Naja, ich hab Bomben studiert in der Schule. Also nicht in der Schule. Das wäre schon heftig im Unterricht. Aber in meiner Frau als ich meine. Ja, das kann ich. Sieht aber aus als bräuchte ich noch ein paar Sachen. Zwei um genau zu sein. Sondern Wolf und das ist dieses Metall, das nicht schimmelt. Ähm, das interessiert dich nicht bestimmt nicht. Kurzzeitig finde ich Wolfram. In einer Höhle zwischen Eichenpott und Gabemond. Der Landstritt heißt Meringue der Dorn, weil es dort so viele spitze Felsen gibt. Die Höhle ist dort auch. Dann müsstest du das zu einem Kerl namens Rosti bringen. Und er würde dir sagen, oh du hast Wolfram, du bist tüchtig. Nimm dieses Maschinenteil. Oh, ich meine, er hat gemeint, er würde mir dieses Maschinenteil geben. Mich beweisen können, dass ich es auch nutzen würde. Okay, Rosti, das Wolfram bringen. Wo wohnt er? Wahrscheinlich findet sie ihn in geheimen Kampfarenen. Wusstest du, dass dort eigene Kampfarenen gibt? Sie ist der Eingang ist der Stand eines Helms hinter ein paar Basen. Die Arena ist echt geheim und Rosti ist ein Stammgast. Wenn du mir Bombfeile fertigen kannst du, dass du alles kein Problem für mich sein. Wolfram aus der Höhle holen, Rosti finden, alles klar. Oh, das wäre cool. Diese Pfeile werden junge, junge, die werden echt reinhauen. Oh, wartet mal, diese Höhle war ich sogar schon und habe etwas Wolfram erst gefunden. Ist das das? Oh, Junge, das ist Wolfram erst. Das werde ich brauchen, aber zeige es Rosti unten in der geheimen Arena. Ich habe Wolfram erst schon gefunden gehabt. Gut. Der Bomben, ah, du bist so, du hast das Monster besägt. Sein der tiefsten Salpeter-Mine gelauert hat, ja? Habe ich, du meintest, du würdest mich bezahlen. Hurra, jetzt kann ich meinen Bomben verkaufen. In der ganzen Welt würde ich meine Bombe haben wollen. So viele Explosionen. Aber ja, ich werde dich bezahlen. Ah, ha, ha, ha. Wie schlecht. Ah, eine Kunde, ich bin eine Bombe. Wenn du eine Feuerdornenbeeren bringst, kann ich keinen Stoff für dich herstellen. Fünf Folgen gibt es für zwei Feuerdornenbeeren und 15 Kronen für die Mühe. Fünf Bomben, Bomben verbessern? Wenn du Korallenärzte und 200 Kronen hast, kann ich den Schaden erhöhen, um deine Bombengegner zu finden. Äh, kickbombig. Boah. Jawohl, komm jetzt. Jawohl, komm jetzt. Okay. Wir haben den Wolf schon in der Tasche, das ist zumindest was Gutes. Wer war auch noch hier? Ähm, wer war jetzt hier? Rasti? Hey, er hat sich gesehen. Nein. Ha, ha. Sieht darauf aus. Vielleicht rasti. Der könnte rasti sein. Ah, hey, kann ich dir helfen? Das kannst du tatsächlich. Ich arbeite mit dem Prädikantenbombenladen einbrückt und er hat gemeint, dass ich dieses Wolfram vom Erz bringen soll, dann würdest du mir eine Maschinenteile geben, das wir zum Fertigen von Bombenfallen benötigen. Oh, du hast dich echt in die Höhle gewagt und es war schon erst zu besorgen, du bist tüchtig. Na gut, ich gebe dir die Maschinenteile gerne mit, aber die Sache ist, die ich habe mit Piratenkarten gespielt und die Einsätze waren ziemlich hoch. Das führte ein zum anderen jedenfalls, dass es für sie schlecht aussah, haben sie mich K.O. geschlagen und diese Maschinenteile gestohlen. Worauf ich also hinausführe, ist es, dass du dir das Teil von den Piraten holen musst. Wenn du es haben willst, ich kann dir nicht helfen. Na gut, wir sind nicht diese Piraten. Sie verstecken sich. Ein Haus wächst sich über die Brücke und eine Treppe hoch. Pass aber auf. Sie stehen total auf Bomben. Ja. Ja. Wirst du dir sicher, dass hier keine Haufen Piraten da den Maschinenteile von einem Mann anders Rosti geklaut haben? Okay, na das sind wir. Ich lasse dich rein, aber bitte ehrlich zu Brei schlagen. Nicht, wenn ich euch zuerst zu Brei schlage. Okay. Okay. Du hast das schöne Maschinenteil gefunden, dass der Prädikent des Bombenladens braucht, um den Bombenfall herzustellen. Bring es ihm. und es hat Boom gemacht. Auf jeden Fall ganz viel Boom. Ich würde mir sagen, wir sollten auch neue Tränke und so kaufen. Vielleicht ein bisschen unseren Quack hier verkaufen. Vielleicht ein bisschen unseren Quack hier verkaufen. Ich bin die Socken nicht mehr. Ich bin die Socken nicht mehr. Ich bin die Socken nicht mehr. Wir haben wieder Plus. und ganz wenig ein bogen schaden mit dem bomben wird dann nicht mal aufgelist eine kunde spieler das bombenhör erhalten sie besinnen bei auf verachter dass sie nicht gleich bei denen in die luft gehen kann ich mir noch was machen hey du bist hast du echt geholfen mit dem monster das will man nicht dass man es zumindest nicht nötig jetzt haben wir bombenfeile normale feile nein wir haben bombenfeile uns macht das jetzt ganz viel boom was wollte ich noch alles abgeschlossen belogen teile des preisgelds die orangen an obri hat man das nicht hören das haben wir dann doch noch nicht grün ein eichen port grün dach und auch direkt noch mal grünes häusel hier ist ein grünes dach aber so dass wir noch hier der keller ob ich lass mich mal durch hier könnte das halt sein hier sind wirklich alle häuser mit grünes dach das war die kneipe das hier das hier das ist eigentlich das gäste also nochmal die südwesten im grünen dach das ist halt hier grün und hier ist norden je nachdem eigentlich ist eigentlich ist süden eher ja keine ahnung von der map hier wie das hier zählt wegen süden und westen hier haben wir eigentlich alle häuser hier langsam durch haben erste haus die grüne häuser sind sie halt eigentlich wir wissen wer irgendwie das häuschen das ist einfach nur hier wer ist da orange lieber eine kiste werden schon für dich wir gehen ansatz aus naja komm rein ach so hey du bist nicht der orangen vergemacht mal ich kenne dich von irgendwoher von der tiktok toe meisterschaft oh nein du kriegst mich nicht niemals leben wolle na gut seufzt und nein schau ich kann als keller papa hat einen orangen plant und er hatte es in letzter zeit nicht leicht ich wollte helfen also klasse einfach einen haufen geld nein naja ich vielleicht und du bist natürlich genau aus diesem grund hier was willst du gibt das preis geld gehört behalte das geld das preis geht zurück gibt das preis geld zurück ich bringe es diesen tiktok zurück na gut mein papa und ich werden es schon irgendwie schaffen und das geld finden um die plantage weiterhin im betrieb zu halten zu können was 200 ruhen erhalten ich mache die regel nicht die bei denen es um stehen geht aber die regel wird im allgemeinen ziemlich gut empfunden das geld gefunden das mädchen gestunden hat das habe ich tatsächlich sagt los und kann hier wie das zudem wenn ich doch schon musste ich nicht mehr mitmachen da die dieben natürlich oder aber dass die hälfte davon behalten ich stadtwache beiden sachen die besucht keine hilfe also würden wie ohne dicht in ihren händen da stehen und dann haben wir das auch wenn du war es richtig aber trotzdem sie tut mir auf eine auf gewisse weise wie leid auf der anderen seite würde ich halt auch gern wissen was jetzt passieren würde wenn man es anders machen würde jetzt normal wegen speicherpunkt und so oder ja ich schaue dann in der nächsten runde würde ich mal sagen endlich dann doch mal richtung drücken alles frei springen und alles ja auf jeden fall